Oh, das ist ein prima Platz zum Picknicken. Oh, wir brauchen Wasser, Wasser. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Oh, super, ich möchte schwimmen. Juhu, ich bin bereit. Juhu, oh, das ist super erfrischend. Lass uns die Rutsche noch ran bauen. Oh ja, danke. Juhu. Juhu. Papa, Papa, na los, komm mit rein, bitte. Das Schwimmbad ist aber nur für Kleine gedacht. Och, bitte, bitte. Okay. Juhu. Oh. Kommt, ihr beiden Wasserraten. Die Marshmallows sind fertig. Juhu, die Marshmallows, Marshmallows. Ich liebe die. Oh, Mama, die sehen ja lecker aus. Oh, lecker. Oh. Hm, wer macht dieses Geräusch denn? Hm, was ist das denn? Das soll da runter kommen. Oh. 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 Hilfe, es juckt, es sticht, es tut weh. Oh, oh, geht weg. Schnell, wir müssen ins Wohnmobil. Oh nein, so viele Westen. Na los. Oh, das war knapp. Oh nein, Papa. Oh, wir wurden wirklich gestochen. Wir müssen unbedingt zu Dr. Auer, schnell. Hallo, Dr. Auer. Oh, Ken. Wie siehst du denn aus? Oh, es juckt so doll und brennt. Oh, Schreck. Setzt euch hin, ich schau mir das an. Wir waren beim Picknicken und da war ein Wespennest. Oh, Mama, Papa, das ist alles meine Schuld. Es tut mir leid. Macht euch keine Sorgen. Ich habe da eine Salbe, die euch helfen wird. Ken, bei dir zuerst. Die Salbe wird jetzt den Stich abkühlen. Und fertig. Danke, Dr. Auer. Tschüss. Oh, mir wird schwarz vor Augen. Oh nein, Ken. Ken, wach auf. Ich glaube, Ken hat eine Allergie. Keine Sorge, Barbie. Ich helfe dir. Wir brauchen etwas hiervon. Etwas hiervon. So, die Mischung ist fertig. So, Ken, nimm das. Ken, geht es dir gut? Geht es dir wieder gut? Wie fühlst du dich? Oh, mir geht es wieder besser. Puf. So, ihr beide. Ich gebe euch noch was mit. Das nimmst du bitte zweimal am Tag, Ken. Danke, Dr. Auer. Danke für die Hilfe, Dr. Auer. Tschüss. Chelsea, du musst wirklich aufpassen. Wespen können sehr gefährlich sein. Mach das nicht nochmal. Ja, ich weiß. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.